Wir sind Partymaker. Wir machen jetzt unser erstes Party vs. Maker. Und hier haben wir unsere Joker-Tüte. Und wir nennen es Schellenfight. Und wer die meisten aushält, hat gewonnen. Ich bin jetzt voll aufgeregt. Wir machen Cheat Tech schon mehr gerät. Okay. Ähm, warte, mach mal kurz. Wir können jetzt erst zusammen mit Xing-Zhang-Zhang und damit wir wissen, wer abfängt mit. Schlau. Xing-Zhang-Zhang. 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 Okay, ich darf anfangen. Oh! Okay. Ah! Ah! Hallo! Ah! Oh! Oh! Der war gut. Er war cool. Oh! Bin ich... Bin ich für Aaschen! Was ist denn? Ah! Ah! Ich klinge. Ah! Ey, der hat gar nicht getroffen. Viertes? Viertes? Nein, nochmal. Du musst mit Ausholen machen. Aber nicht so doll. Oh, ich hab Angst. Handformen und richtig hinsen. Oh. Geil. So, das ist schon mal weg. Oh, scheiße. Hallo, das ist schon mal richtig schön. Okay, jetzt reicht's ja. Ah, nee, scheiße. Ey, wie. Warum muss es nicht eigentlich? Stimmt, die liegt, die bleibt ja nicht mehr. Aber richtig mit der Seite und da. Ja. Oh, die tut voll weh. Ey, du musst dich mal darauf zeigen. Oh, der tat voll weh. Ich wollte. Okay. Ich weiß ja. Oh. Ich hab's nur am zweiten. Ich will mich nicht mehr schalten. Ich will gar nicht mehr schalten. Ich will gar nicht mehr schalten. Du sollst mir am Wunsch treffen. Kann ich mehr. Mach mal ein bisschen damit, auch die andere Wange kommt. Du sollst mir was. Ah. Okay, das war nicht so doll. Ich bin nicht nachgeruscht. Ja. Klar. Ich hab's noch nicht schlecht. Aua. Ist so doll. Ich dreh mich nicht. So geil. Ah. Okay, stopp. Auf. Ja, Lisa. Ich hab's noch mal drauf. Der hat mal wieder gesessen. Ah. Okay. Kannst du nicht mal den Joker zuerst einsetzen? Das ist ja nicht stressig jetzt hart, oder? Ah. Nee, das ist so geil. Oh. 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 Okay. Du musst doch die harte Tour haben. Hände runter. Hände runter. Bisschen vorne hier. 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 Weiter. Okay. Nein. Okay. Oh! Oh! Aber was ähnliches hab ich auch. Du hast ihn auch da, oder? Oh, das freut sich jetzt voll. Ach so, jetzt weiß ich, jetzt weiß ich wieder, was du hast. Schön ausholen, ne? Warte. Oh. Hm, ich würde dir jetzt zusammenrollen, aber auch egal. Ey, ordentlich, ja? Hände nach vorne. Hände nach vorne. Oh! 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 So. Scheiße! Was hast du ja wohl? Ich warne dich. Was hab ich wohl? Oh, scheiße! Kannst du mich auch aufgeben? Ich will zum Verarschen. Geht erst richtig los. Mensch, was? Was? Ich hab's ja nicht immer an. Echt, mein, das ist unfair. Darf ich dich verarschen? Ja. Weggezuckt! Weggezuckt! Äh, äh, du hast durchmacht, und dann so. Wenn du wegzugst? Dann schlagen nach, wenn ich wegzucke. Zehnt ihr das? Nein! Nein! Okay! Oh mein Ohr! Mein Ohr ist taub! Mein ganzes Gesicht hält, das ist taub! Hallo! Ich mach doll oder gibts auf? Fick dich! Sehr doll! Fick dich! Guck's auf! Ey, die werden jetzt nicht aufgeben! Ey, das ist Rache! Boah, das hat ja weh, das wird hier getroffen! Ohne ansprechen! Ja, okay! Da merkt man halt, dass man wegzuckt! Ah! Ah! Okay! Wenn du mal wegzogst! Ah! Ah! Oh shit! Aber ich geb' da nicht auf! Ah! Ich schaue sogar! Ähm! Also, wenn ich jetzt noch einmal mache, dann haben wir sozusagen kurze Pause! Nur so für fünf Sekunden so! Okay! Ende runter! Oder nee, doch keine Pause, keine Ahnung! Doch! Hallo, Ende! Jochen! Tschüss! Schön hier vorn! Schön hier vorn! Schau! 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 Weggezuckt, denn nicht! Ich mach mir ganz ganz das Schäfchen wie viel! Ah! Und Pause! Also, wir gehen jetzt auf, weil... Wir halten das nicht mehr aus! Wir halten das nicht mehr aus! Ähm! Wir hatten gerade paar, äh, Shane, die ihr nicht gesehen habt, und... ich spül meine Wangen nicht mehr nicht! Und bei dir auch gerade mal ein Zahnkreis? Äh, ein bisschen ist auch... Ah, oder ein bisschen Blut, so. Aber es ist zum Teil ein bisschen... Es ist so genau, wenn du mitgeschlagen hast. Also, werden wir jetzt bestraft. So, also, ich kriege jetzt was Ekliges zu futtern. Mh, lecker! Ich hab's in Hunger. So, unsere, äh, hier... Wie heißt das hier? Kameramädchen macht uns gerade was Ekliges zu futtern. Und wir dürfen das natürlich nicht sehen. Und, ähm, wir kriegen gleich eine Augenbinde um und müssen erraten, was das ist. Ich bin schon voll gespannt. Haben wir überhaupt eine Augenbinde? Oder sollen wir deine, äh, Stinke-Suchen da nehmen? Nein, ich hab noch welche von Cola. Ach so. Ja, okay. Dann bis gleich. Bis gleich. Ciao. Ich hab echt schon mal... Ich seh euch. Also, wir sind jetzt da dran bei Cola, weil wir haben unsere Videos auch gesehen. Und jetzt... Ist da Cola? Ja, Cola ist ja... Und, ähm, wir haben überlegt, dass wir unser Sponsor werden. Und, wir arbeiten jetzt dran. Und ja. Action. Okay. Und jetzt du. Wo ist das? Da, warte. Hier, los. Ich will, ich will was abnehmen. Nein! Los. Oh, schon eckig. Norma, Alter. Das war ja gar nichts. Und, was ist das? Pepper! Pepper! Ja, okay. So, und jetzt fängt Bennett an. Nehmen und runterschlucken. Alter, du willst... Ich war... Oh! Und jetzt ist Eddie... So schlecht sind die gar nicht. Und jetzt ist Eddie dran. Ich weiß, was es ist. Ich weiß es. Ja, jetzt soll ich noch nichts sagen. Jetzt findet er, die hatte. Zunge raus und nehm. Runterschlucken. Runterschlucken. Vogelfutter. Vogelfutter. Ja, richtig. Action. So, dann kommen wir zum dritten. Und einmal bitte ablenken. So, jetzt kommen wir zu dir. So, Zunge raus. Ganz. Ganz. Warte. Okay, was war ich? Das ist Lillys Kuckischuh. Zum Glück nicht von innen. So, und jetzt kommen wir zum vierten Gegenstand. Etwas, was man riechen muss. Und ganz lange einatmen. So, und jetzt bist du dran. Bitte schön lange einatmen. Ja, was ist das wohl? Das ist ein Schneeballschoner. Ich kann mich damit auch nicht mehr... Ja. Genau, und... Damit kann man durch die Kamera nichts riechen. Ja, okay. Okay, jetzt haben wir etwas... zu umlecken. Ich freu mich. Mal sehen, ob es dir schmeckt. Getroffen? Nein. Okay, jetzt Zunge raus. Zunge raus, Zunge raus, Zunge raus. Und runterschlucken. Mann, schmeckt alt. Schneller, als die Polizei erlaubt. Okay, jetzt kommt es mit Bellis. Scheiße, ich schmecke alt. Okay. Action. So, und jetzt auch für dich. Zunge raus. Ich würde es jetzt gerne sehen, aber... Zunge raus, ganz... Die ist locker abgelaufen, oder? Boah! Aber irgendwie schmeckt sie noch... Irgendwie hat sie noch... Ja. Es ist toll, aber die ist abgelaufen. Locker. Ja. Okay, Augenbillen ab. Zahnpasta. Augenbillen ab. Jetzt könnt ihr euch mal die Zahnmustern sehen. Die ist voll... Voll alt. Achso, die ist noch von meinem... Die ist noch von unserem Zahnarzt besucht in der Grundschule. Und ja, hab ich locker tausendmal benutzt. Okay. Achso, das ging um die Zahnpasta. Äh, Zahnpasta. Ja, genau. Achso. Achso, die Zahnpasta war auch irgendwie viel alt. Okay. Dann hat die Zahnpasta immer geschmeckt. Nausend. Äh, muss ich lecken? Ja, du musst lecken. Okay, warte, Zunge raus. Zunge raus. Alter, guck zu mir. Ich würde es gerne sehen, aber ich darf nicht. Okay, Zunge raus. Zunge raus. Was ist das? Ich muss gucken. Das ist gerade so, wie als ob es ekelig ist. Okay, Zunge raus. Okay, was war das? Lappen. Nasser Lappen oder irgendwie? Ja, auch. Mit so einem Scheuerlappen oder keine Ahnung. Okay, Augenbind nach. Es war das hier. Mit der Medizin. Ustensaft. Oh Gott. Tja. Okay. Okay, dann haben wir es geschafft. Okay. Entschuldigung, seid ich das nicht? So, und ihr könnt uns jetzt auch bei YouTube abonnieren. Unter den Namen, also den Namen kann man nicht erinnern, aber unter den Namen Eddie 2000 ES. Aber ich erwähne in jedem Namen seinen Namen. Und ja, also damit er sich nicht... Also das ist für uns beide das Video. Bloß er konnte sich dann nicht zufragen mit seiner E-Mail. Ja, mit seiner E-Mail und das kann man nicht ändern irgendwie. Ich finde es nicht. Aber ich werde es schon rausfinden. Dann steht dabei Partymaker. So heißen wir. Und dann, bis bald. Wir sehen uns beim nächsten Video. Heute kommt noch eine Songparodie. Tschau, tschau.